Hallo, guten Abend! Ich bin Onkel Moates, der wird von Manitoba Travel und von dem ist ein besonderer Tag, ein besonderer Tag für eine gute und eine schöne Familie. Dort sind von Charagua, hier in Santa Cruz, Bolivien, dort ist eine schöne, schöne Familie. In Beutzburg, von dem ist das 25. September von der Joa 2022. Und dort sind meine Freunde, dort ist eine gute Familie, dort sind gute, gute Menschen. Willen wir mit euch reden? Hey, hallo, guten Abend! Hallo, guten Abend! Okay, wo hoitst du? Bien, wie wohl? Okay, und wo hoit deine schöne Familie? Murillo Rampelnefer. Okay, sehr gut. Diese schöne Familie, dort sind Reutern fliehen. Wo will die fliehen? Wir wollen von Lima, von Cancun, von Cancun, Bad Juarez. Okay, sehr gut. Wo hoit deine Kolonie, wo du wohnst? Charagua, Casa Grande. Okay, sehr gut. Und dort ist ungefähr, wo viele Stunden wieder von hier, von Santa Cruz, Bolivien? Ungefähr, stärker 7 Stunden. Wow. Das ist wieder? Ja, das ist wieder. Okay, über Wissenreut. Wir haben für dich alle Papier, Rollenmerken, wir haben alle Jeticket, Rollenmerken, wir haben ein neues Papier, Rollenmerken, für alle eine Hänge, Jeff. Und bist du froh, mit der Arbeit, wo du hier in Manitoba travelst, für dich, für deine Momente, für die ganze Familie, wie du hast? Sehr, sehr zufrieden. Das ist der beste Stil, wo du gefängst, von der Kurs, wo du mich so holen kannst. Okay. Sehr schön. 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 Und Tröbel. Kein Tröbel. Okay. Dankeschön. Und wo hoit deine Bebe? Die haben ein Bebe mit. Stimmt dort, Mama? Ja, das stimmt. Veli wie Brampe. Okay. Wo ist das Bebe, Mama? Ein Jahr und eine Minute. Wow. Ja, okay. Dort ist eine Schmucket-Bebe und dort sind Reut und Fliehen. Okay. Nie ist Messklok oin in der Nacht. Dort ist 5. und 20. September von der Jahr 2023. Und nie war wir bei Biru-Biru vor und Lüter der Familie vier und halbiert mit alle Papieren und Janne sieht in Biru-Biru. Okay. Dann gore res. Gore res. Sehr schön. Okay. Mama gore res. Ein gore Tid. Und all baste für Jungen. Gute sehen. Und bei nächsten Mal. Und nicht verletzen, wenn du, wenn deine Familie, deine Freundschaft will fliegen um andere Land dukos Manitoba Travel und kommst du hier in Santa Cruz, Bolivien. Nicht verletzen, du, deine Familie, deine Freundschaft dicen immer und die Familie, und Dring h predicen, deine Freundschaft